Ja, also Julius ist, glaube ich, im vierten Jahr bei uns und ich glaube, man hat es jetzt auch am letzten Spieltag wieder gesehen. Durch seine Standardsituation, aber auch durch seine absolute Ballsicherheit. Dadurch, dass er auch immer eine offene Spielstellung hat, dass er die Bälle direkt mit nach vorne nimmt. Viele Freistöße auch rausholt, wo er oft gefault wird, weil er so eine enge Ballführung hat. Und auch als Typ, auch innerhalb der Mannschaft, absoluter Führungsspieler und für uns natürlich schön, dass wir jetzt auch mit ihm weitermachen können. Ich glaube einfach, dass das mit der Arbeit zusammenhängt. Wie gesagt, wir haben keinen Zauberstab und wir sind auch keine Magier, sondern wir sind einfach hart arbeitende Menschen, die einen klaren Plan haben, die eine klare Philosophie haben, die ein klares Anforderungsprofil haben an Spielern. Und ich glaube, das machen wir jetzt so viele Jahre schon in Fürth. Und ich glaube, immer wieder haben wir auch aufgezeigt, dass wir gute Lösungen finden. Aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dann immer auch wieder gute Lösungen zu finden oder auch so gut zu performen. Aber ich glaube, wir können schon wirklich mit Stolz und auch mit einer Überzeugung auch sagen, dass die Arbeit oder die Idee, die dahinter steckt, letztlich immer wieder Früchte trägt. Aber es ist natürlich mit sehr, sehr viel, mit sehr viel harter Arbeit auch verbunden. Und immer, wenn ich dann darüber rede, dass unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten sehr beschränkt sind oder dass wir vielleicht, was das Budget angeht, vielleicht an letzter oder vorletzter Stelle der zweiten Liga stehen, dass das immer wieder als Jammerei oder sonst irgendwas dargestellt wird. Nein, also man sieht ja jetzt auch an dem Verlauf, dass uns einfach, gerade was die wirtschaftlichen Aspekte angeht, natürlich die Hände gebunden sind. Unser größter Trumpf ist wirklich die Arbeit, die wir hier leisten. Dieser Verein, der es immer wieder schafft, aus wirklich wenig Mitteln das Maximale herauszuholen. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, die Art und Weise, wie wir mit den Spielern umgehen, dass sie sich hier wohlfühlen und dass sie gerne nach hier kommen. Und wie gesagt, da würde ich mir halt ab und an mal ein bisschen mehr Respekt wünschen. Wir haben es ja, ich glaube, von Anfang an gesagt, wir setzen uns keine Grenzen. Und wir haben vor drei Jahren, als wir angefangen haben, jetzt auch wieder diesen Weg zu gehen. Und nochmal, auch das ist ganz, ganz wichtig, immer zu sehen, wo kommen wir her und wo sind wir jetzt und mit welchen Mitteln und vor allen Dingen mit was für eine Philosophie. Und ich glaube, das ist halt das, worauf man führt auch letztlich auch, ich sage das Wort Stolz jetzt mehrmals. Aber darauf kann man wirklich auch stolz sein als Fan dieses Vereins, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Und wir wollen das Maximale erreichen. Wir haben jetzt 50 Punkte, wir haben noch sieben Spiele. Man sieht, es ist alles super eng. Wir müssen auch schauen, welchen Teil trägt die Pandemie noch dazu bei. Durch Quarantäne etc. Ausfälle, die man vielleicht auch hat. Englische Wochen, die man vielleicht bekommen kann. Das ist ja das Schöne auch daran, dass wir natürlich auch ein bisschen geschaut haben, okay, also wie viel können wir einsparen, ohne letztlich irgendwo komplett den sportlichen Erfolg da zu gefährden. Und es ist natürlich immer ein Drahtseilakt, weil, wie gesagt, wenn ich mit meinen Kollegen spreche und wir sprechen über die Etats, dann merkt man schon manchmal, wie die Gesichtszüge entgleiten dann von denen. Und sagen, okay, wie ihr das mit dem Geld da irgendwo auch hinbekommt, das ist schon auch ein Stück weit erstaunlich. Ich weiß natürlich auch, dass außerhalb so, gerade was unsere oder was Fans insgesamt einfach angeht, dass das oftmals gar nicht so die große Rolle spielt, ja. Wie viel investiert man und was kommt letztlich nachher dabei raus, sondern man will immer im Grunde genommen immer den größtmöglichen sportlichen Erfolg haben. Wie der zustande kommt, ist manchmal, glaube ich, irgendwie ganz egal oder habe ich manchmal zumindest den Eindruck. Und ich finde aber, dass das schon eine große Rolle spielt. Wie gesagt, die eingesetzten Mittel und das, was letztlich dann nachher an Ergebnissen dabei rauskommt, ich glaube, das sollte viel mehr gewertschätzt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass unser Weg, den wir eingeschlagen haben jetzt in den letzten drei Jahren, dass es der richtige Weg ist, dass es der einzige auch ist für die Spielvereinigung der Fürth. Also ich verstehe natürlich klar die Sorgen auch einiger unserer Fans und versuche ja oder wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder versucht darauf zu zeigen, was wir leisten können, was wir ableisten können, auch innerhalb des Vereins und wo es dann vielleicht auch irgendwann für unseren Verein schwierig wird. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist ja alles positiv. Wir spielen eine Saison, wir haben aktuell 50 Punkte, wir haben noch sieben Spieltage, wir haben noch berechtigte Hoffnungen, wie gesagt, in die Bundesliga aufsteigen zu können. Mit der jüngsten Mannschaft, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar der Vereinsgeschichte, aber mit der jüngsten Mannschaft auf jeden Fall der zweiten Liga. Dass natürlich das Begehrlichkeiten weckt, das liegt ja in der Natur der Sache, aber wir wollen ja erfolgreich sein und wenn wir erfolgreich sind als Spielverein Greuther Fürth, dann bedeutet das zwangsläufig leider auch, dass die Spieler interessant werden für Bundesligisten, für Mannschaften einfach, die vielleicht auch ein größeres Portemonnaie haben. Wir versuchen natürlich immer alles daran zu setzen, die Mannschaft so lange wie möglich zu halten. Das haben wir ja auch in diesem Sommer bewusst zugewählt. Wir haben niemanden abgeben wollen, den wir nicht abgeben mussten, aber jeder weiß auch, der sich mit der Spielvereinigung beschäftigt, dass wir Transfererlöse erzielen müssen. Das haben wir leider in diesen drei Fällen jetzt nicht, aber das ist wie gesagt auch der Corona-Pandemie auch ein Stück weit geschuldet, weil wir nach diesen 4 Millionen Minus, die wir im letzten Jahr gemacht haben, im Sommer schon angefangen haben, brutal den Rotstift anzusetzen und das in allen Bereichen, im sportlichen Bereich natürlich, indem wir den Kader verkleinert haben. Also von daher kann ich die Sorgen nachvollziehen. Auf der anderen Seite sage ich auch, das gehört zur Spielvereinigung ein Stück weit nicht, dass wir das so wollen. Es ist einfach auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation so gegeben und trotzdem, und ich glaube, das ist das alles Entscheidende, trotzdem glaube ich, können Sie auch vertrauen, dass wir auch immer wieder gute Lösungen finden. Wenn man sieht, wir haben Kader verloren, absoluten Stammspieler, Maxi Wittek, absoluten Stammspieler verloren, Marco Caligiuri, erfahrenen, absoluten Stammspieler verloren. Und was ist passiert? Es sind andere nachgewachsen. David Raum spielt eine sensationelle Saison als Nachfolger von Maxi Wittek. In der Innenverteidigung Maxi Bauer, der Platz, den Marco freigemacht hat, ist durch Maxi Bauer, ja, ich glaube, man sieht es auch hervorragend ersetzt worden. Und im Sturm, glaube ich, wenn man sieht, Dixon Abiyama oder auch ein Howie Nielsen etc., die dann einfach noch mehr Spielzeiten bekommen haben, die das auch wieder, die da reingewachsen sind. Ein Anton Strach, den wir aus der Regionalliga geholt haben, der jetzt mittlerweile U21 Nationalspieler geworden ist. Und so könnte ich ja so viele aufzählen in den letzten drei Jahren, die wir geholt haben, wo, glaube ich, ganz, ganz viele draußen noch waren, die gesagt haben, hm, wissen wir nicht, ja, der kommt aus der Regionalliga, hm, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, der Großteil unserer Fans, der weiß um unsere Situation, ähm, die sind natürlich auch traurig, genauso wie ich auch. Wir sind traurig, wenn wir, wenn wir Jungs entwickeln, die gut sind, ähm, und sie dann verlieren. Ähm, aber wie gesagt, das macht dann auch wieder Platz für andere Jungs, die dann vielleicht sich noch besser entwickeln. Ich glaube, die Mannschaft, die wir jetzt aktuell haben, ich glaube, was das Fußballerische angeht, glaube ich, haben wir nichts Besseres bisher gehabt bei der Spielvereinung, zumindest seitdem ich seit 1997 da bin. Ähm, ähm, und, ähm, das Trainerteam leistet eine unglaublich gute Arbeit. Alle drumherum, die, die mit der Mannschaft zu tun haben, leisten Außergewöhnliches. Und, ähm, nur so ist das auch möglich. Wenn die Leute sich einfach mal den Transfermarkt aktuell anschauen, dann ist es so, dass ganz, ganz viele erstmal nur ablösefreie Spieler holen. Das ist einfach der Pandemie geschuldet. Die Zukunft, wenn wir so weiterarbeiten, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir einfach wirtschaftlich auch vernünftig bleiben, ja, dann wird dieser Verein einfach irgendwann, denke ich mal, ähm, auch seinen Nutzen daraus ziehen. Und, ähm, alle die, die vielleicht über ihre Verhältnisse leben, werden dann vielleicht hier die Quittung bekommen. Und, ähm, das wollen wir aber nicht sein. Aber der, der Großteil des Kaders ist unter Vertrag. Und, ähm, wie gesagt, wir arbeiten ja auch daran, irgendwie diese, äh, diese ganzen, ähm, auch auslaufenden Verträge für, für die kommende Saison, ähm, ähm, natürlich frühzeitig zu verlängern. Und, ähm, die, wie gesagt, die noch auslaufen, da sind wir auch in guten Gesprächen. Aber natürlich ist für die auch wichtig, wo spielen wir vielleicht in der nächsten Saison. Und, ähm, man kann sich auch vorstellen, ne, ich meine, die Gehälter zwischen 1. und 2. Liga, die haben bei uns auch schon da nochmal einen Unterschied. Also von daher ist es, ist es natürlich auch das nochmal ein anderes Fund, womit wir wuchern können, ähm, wenn es vielleicht dann eine Klasse höher geht. Und, ähm, niemand schont sich. Ne, alle, äh, alle wollen das Maximale mit dieser Mannschaft erreichen. Das ist auch das, was wir, was wir in diesen Kader hineinbekommen haben. Diese, diese Kultur, ähm, auch dieses, dieser Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, der ist phänomenal. Und, ähm, wie gesagt, deswegen, ähm, haben wir und werden wir im nächsten Jahr auch wieder einen, einen guten Kader haben, ähm, um auch wieder erfolgreich Fußball spielen zu können. Das ist schon mal. Vielen Dank.